Hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder mit einem weiteren Video, denn ich habe in letzter Zeit viel gelesen und ich wollte euch die Bücher natürlich auch so schnell wie möglich noch vorstellen. Und ja, heute gibt es wieder eine Buchvorstellung und zwar geht es heute um One Dream von Lauren Blakely und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch in diesem Video gilt wie in dem Video von gestern, Sonne, Schatten, Sonne, Schatten, ich werde helldunkel, helldunkel. Ich kann es nicht ändern, es tut mir leid, aber gegen das Licht bin ich halt machtlos. One Dream von Lauren Blakely, was kann ich euch dazu sagen? Dieses Buch hat mich sehr überrascht, denn es gilt in diesem Buch um einen Charakter, den man schon aus einer anderen Reihe von Lauren Blakely kennt. Ich weiß nicht, wer von euch Big Rock oder Mr. O gelesen hat. Auf jeden Fall ist es so, dass es bei Mr. O einen Simon gibt, der dort erwähnt wird. Und dieser Simon ist der Simon hier aus diesem Buch und das fand ich so cool, wo ich das gelesen habe. Ich dachte nur so, oh mein Gott, er hat seine eigene Geschichte bekommen. Wie cool ist das denn? Denn ich fand bei Mr. O Simon schon als sehr interessanten Charakter, auch wenn man ihn da wirklich nur so angeschnitten hat. Aber man wusste halt bei Mr. O schon, dass er ein alleinerziehender Vater ist und aussieht wie Chris Hemsworth. Hallo. Wer möchte dann nicht mehr über diesen Mann erfahren? Und als ich das dann mitgekriegt habe, dass das dieser Simon hier ist aus der anderen Geschichte und aus der anderen Reihe, habe ich das mega gefeiert. Also das fand ich ja echt mal mega genial. Und also falls ihr die andere Reihe von Lauren Blakely kennt, dann solltet ihr euch dieses Buch auf jeden Fall angucken, wenn ihr, wie ich, wissen wollt, was es mit Simon auf sich hat. Und falls ihr die andere Reihe nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an, denn die andere Reihe ist genau wie One Dream eine wirklich tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte. Ich muss sagen, dieses Buch ist ja nicht allzu dick. Also es ist ein recht dünnes Buch von 220 Seiten und es ist aber ein Buch ideal für einen gemütlichen Lesenachmittag. Also man kann dieses Buch wirklich an einem Nachmittag lesen, habe ich auch gemacht. Und es ist einfach eine wahnsinnig tolle, entspannte Geschichte zum Abschalten. Also ich habe dieses Buch gelesen, ich bin eingetaucht in die Geschichte und ich war wirklich am Ende Ost wieder raus. Also es war wirklich eine Geschichte zum Abtauchen. Es ist, wie gesagt, eine niedliche Liebesgeschichte. Ich finde, es ist bei einem 200 Seiten Buch immer ein bisschen schwierig, da eine gewisse Tiefe reinzubringen und die Charaktere richtig zu durchleuchten. Aber ich finde halt, Lauren Blakely hat das gut gemacht. Ich fand die Geschichte einfach super, wie gesagt, ideal für einen schönen Lesenachmittag. Und ich erkläre euch jetzt aber erstmal, wie immer, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Abby. Und Abby hat den perfekten Job jetzt für sich gefunden. Und zwar ist sie die Nanny der kleinen Hayden. Und Hayden ist ein wirklich zuckersüßes, kleines Mädchen. Und Hayden lebt bei ihrem Vater und diese ist alleinerziehend. Also Hayden hat zwar noch Kontakt zu ihrer Mutter, aber sie hat halt sorgerecht freiwillig abgetreten und sieht die Kleine halt nur ab und an mal und ist halt einfach nicht in der Lage, sich um ein Kind zu kümmern. Und Abby liebt ihren Job. Sie kommt mit der kleinen Super zurecht. Das ist ein total, wie gesagt, liebes Kind. Und sie hat sofort ein Draht zu dem Kind gefunden. Und sie hat auch sofort ein Draht zu ihrem Arbeitgeber gefunden, dem Vater von Abby. Und zwar ist das Simon. Und Simon ist als Arbeitgeber für sie total angenehm, denn er lässt halt nicht einfach den Boss raushängen, sondern er betrachtet sie auf Augenhöhe und er sieht natürlich unheimlich gut aus. Und ja, so ist es so, dass Abby nun schon seit dem ersten Tag, seitdem sie für Simon arbeitet, auch heimlich irgendwie so ein bisschen in ihn verliebt ist. Und sie hat halt auch gemerkt, je besser sie ihn kennenlernt, umso mehr ist diese Verliebtheit auch da. Und das ist natürlich ein Problem, denn Simon als ihr Boss ist natürlich tabu. Und Abby glaubt halt auch nicht, dass Simon jemals mehr in ihr sehen könnte, außer die Nanny. Und ja, was es mit Simon und Abby auf sich hat und was mit den beiden noch alles passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in One Dream geht. Und ich kann nur sagen, ich fand die Handlung wirklich super. Mir hat die Geschichte gut gefallen. Wir steigen hier in die Geschichte ein, erkennen die beiden sich schon ein paar Monate. Und das Ganze läuft schon quasi zwischen den beiden, also sie als Nanny, er als Arbeitgeber. Und wir werden ja quasi in diese Geschichte geworfen und quasi auch in diese Beziehung geworfen, auf diese Ebene, die schon existiert. Und das fand ich gut. Und das hat mir gut gefallen, denn wir haben uns nicht lange mit, wie hat man sich kennengelernt, beschäftigt, sondern es war jetzt schon eine gewisse Art von Beziehung da. Und diese Beziehung verändert sich natürlich im Laufe der Geschichte. Und wir sehen halt, was mit den beiden alles passiert und was so die ausschlaggebenden Gründe dafür sind, dass sich diese Beziehung und diese Dynamik zwischen den beiden einfach ändert. Und was ich sagen muss, was ich gut fand, ist, dass dieses Buch aus beiden Sichten auch geschrieben wurde. Und man hat dadurch einen guten Einblick auf Abby bekommen, aber auch auf Simon und seine Gefühlswelt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Denn wie gesagt, gerade bei so einem kurzen, knappen Buch ist es wichtig, dass man beide Charaktere gut kennenlernt. Und man beide Charaktere auch einzuschätzen lernt. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also von der Handlung her kann ich nur sagen, fand ich super. Es ist halt eine kurzweilige Geschichte aufgrund der Länge einfach. Aber ich denke, das weiß man, wenn man das Buch kauft. Und von daher kann ich mich, was die Handlung betrifft, nicht beschweren. Ich fand die Geschichte wirklich süß. Ich fand den Verlauf der Geschichte gut. Ich fand, die Autorin hat hier gute Dinge aufgegriffen, was Einwände gegen eine Beziehung wären. Und das waren auch nachvollziehbare Dinge für mich. Und wie gesagt, was die Handlung betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich mochte, wie die Geschichte aufgebaut wurde. Ich mochte den Einstieg in die Geschichte und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe es euch gesagt, ich werde helldunkel, helldunkel, helldunkel. Was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass mir Abby als Protagonistin in dieser Geschichte sehr, sehr gut gefallen hat. Ich konnte sie super gut verstehen. Ich konnte ihre Gefühle verstehen. Ich konnte verstehen, dass sie versucht hat, das alles zu verdrängen und zu unterdrücken. Es ist nun mal ihr Chef. Und ich konnte auch Simon super gut verstehen. Und ich konnte auch seine Zweifel und Ängste und das konnte ich auch alles super gut nachvollziehen bei ihm. Also ich fand, beide Charaktere hat die Autorin super gut aufgebaut, dass man sich auch gut in sie hineinversetzen kann, dass man gut mit ihnen mitfühlen kann. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was die Nebencharaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass Hayden als Kind wirklich zuckersüß ist. Also sie ist wirklich ein ganz, ganz toller, kleiner Charakter. Und auch die anderen Nebencharaktere, die Freunde von Abby, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Oder auch die Mutter von Hayden. Ich fand, wie das alles dargestellt wurde und was halt auch für Probleme sich daraus entspinnt haben, fand ich einfach super. Also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Fand ich auch gut. Und ja, ich bin auf jeden Fall, was die Charaktere betrifft, auch auf den nächsten Teil dieser Reihe gespannt. Kommen wir als nächstes mal zum Setting. Und ja, dieses Buch spielt in New York. Ihr wisst, ich liebe New York als Setting. Von daher habe ich mich mit diesem Buch sofort wohl gefühlt. Ich bin sofort wieder in diese Stadt eingetaucht. Ich liebe New York als Setting. Und ich finde, Lauren Blakely hat die Stadt auch wieder auf ihre ganz eigene Weise erzählt. Also ich kann es ja schon aus der anderen Reihe von ihr. Weil die anderen Bücher auch in New York gespielt haben. Deswegen war es für mich sehr, sehr leicht in die Geschichte, auch was das Setting und das Feeling betrifft, so wieder reinzukommen. Weil ich es halt schon von dieser anderen Reihe kannte. Und hat sich, wie gesagt, für mich alles super gefügt. Und ich fand die Beschreibungen wieder toll. Ich fand die Szenenbeschreibungen gut. Also ich konnte mir die Orte, wo die sind, gut vorstellen. Und auch die Wohnung von Simon und auch die Wohnung von Abby. Das hat mir alles keine Probleme bereitet, mir das in irgendeiner Art und Weise vorzustellen. Hat die Autorin super gemacht. Und ja, habe auch hier, was das betrifft, nichts zu meckern. Und ja, was den Schreibstil von Lauren Blakely betrifft. Und jetzt kommt die Sonne gerade wieder. Was den Schreibstil von Lauren Blakely betrifft, das ist auch hier wieder ein lockerer, leichter Schreibstil. Sie schreibt natürlich ein bisschen anrüchig, weil das halt eine erotische Geschichte ist. Sie schreibt sehr, sehr romantisch teilweise auch. Und auch liebevoll. Also ich muss wirklich sagen, das habe ich bei diesem Buch festgestellt, dass es sehr liebevoll erzählt ist. Also auch wie die Charaktere so miteinander umgehen und agieren. Die sind nicht plump und bösartig und schroff, sondern die gehen wirklich sehr, sehr gefühlvoll auch miteinander um. Und das hat die Autorin gut transportiert. Und das ist auch bei der Übersetzung, finde ich, gut gemacht worden. Und ja, hat mir auch gut gefallen. Ich kann mich bei diesem Buch wirklich über nichts beschweren. Also ich fand die Handlung gut, ich fand die Charaktere toll. Ich mochte das Setting und ich fand den Schreibstil auch super. Also wie gesagt, wenn man das Buch kauft, weiß man ja, dass es eine recht kurzweilige Geschichte ist mit 220 Seiten. Ich finde, die Autorin hat das für die Länge des Buches trotzdem super gemacht. Wie gesagt, ich kann ja ihre andere Reihe schon. Da sind die Bücher auch nicht länger. Und ich finde, das sind super Bücher für einen schönen Lesenachmittag. Jetzt gerade im Sommer, wenn man sich auf dem Balkon sitzt oder auf die Terrasse mit einem kalten Getränk und die Füße mal hochlegt, kann man sich das mit diesem Buch echt richtig schön gemütlich machen. Und ich finde, man kann dabei total entspannen. Also ich bin bei diesem Buch wirklich komplett runtergefahren. Ich habe das ja jetzt die Woche nach der Hochzeit gelesen und das hat mich total entspannt. Und ich finde, es ist eine wirklich zuckersüße, niedliche Liebesgeschichte und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Schaut euch One Dream an, wenn ihr solche zuckersüßen, niedlichen, erotischen Liebesgeschichten mögt. Dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Ich mochte es sehr und ja, kann es, was das betrifft, euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und ich finde, es ist sehr, 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 sehr.